So, hallo, hier ist Naruto1986, herzlich willkommen zu Captain Tsubasa Part 11. Es tut mir leid, dass gestern irgendetwas, leider irgendwas vollkommen schief gelaufen. Ich hab gedacht, ich hab mehr aufgenommen, dass ich dann bei dem vorigen 11-12 hatte, aber das hat nicht gestimmt. Weil 7-8 waren 11-12, aber das hat auch nicht gestimmt. Das hat echt nicht gestimmt, was ich besprochen habe mit der Aufnahme, das hat nicht gestimmt. Und diese falschen 11-12, was aber eigentlich 7-8 war, sind Wirklichkeit 7 und 8. Darf ich das irgendwie in dreckiger Scheißfehler unterlaufen? Dafür tut es mir wirklich leid, dass das passiert ist. So. Dass da so ein Fehler passiert ist, das tut mir leid, wirklich, und so. Ne, wirklich, das muss ich mir mal herzlich dafür entschuldigen, dass ausgerechnet bei so wenig Dingern, was ich hatte, dass es ausgerechnet da dann auf einmal solche Fehler passieren. Also deswegen, ich hab's reingetragen nochmal in den Ding, aber bitte nicht darauf gehen, was ich da auf 7 und 8, nicht darauf gehen, bitte schon auf die zwei Parts, sind nur die zwei einzigen Parts da, bitte nicht drauf gehen. Wie ich das drauf besprochen habe mit Part 11-12, stimmt nicht, so wie ich die Parts eingetragen habe, stimmt's, das heißt 7 und 8. Weil nämlich jetzt kommt 11. Das andere ab 9 und 10, das stimmt wieder. Deswegen kann ich mich nochmal herzlich dafür entschuldigen und fortsetzen. Ich weiß, tut mir leid, dass ich mich auch noch dafür herzlich entschuldigen, dass sie jedes Mal die gleichen Spiele sind gegen Hanna, aber das tut mir wirklich leid. Aber ihr wisst und seht selber, wie schwer das ist. Und ihr seht auch selber, dass ich mich die ganze Zeit da reinhänge, die ganze Zeit probiere, was geht. Aber wir haben schon mal ein Tor geschossen. Das könnt ihr irgendwo auf einem Video sehen, wo die aber mehr Tore haben, aber nicht schlimm. Wir holen das noch auf und bekommen das noch gebacken. Und wenn wir das jetzt noch hingekriegt haben, dann werden wir das auch hinkriegen, dass wir erst ein Tor schießen. Wenn wir das dann gar kein Tor schießen, werden wir alles hinkriegen, keine Angst, aber dass wir das aber auch noch gewinnen. Und wenn wir das so machen, dann sind wir das noch nicht. Oh, schüt! Ich bin schon so gut, wenn ich dem scheiß Penner noch ausgelaufen werde. So. Boah, shit. Okay. Oh Gott, wo ist Heiden? Jawohl. Oh Mann, war das knapp weiter. Ah Gott. nicht genug. Nein, das nicht Genre. Gut. Gut. Perfect. Oh, nein. Oh, Alter, das war so scheiß knapp gerade eben. Ja, wo ist mein Charakter denn schon wieder? Meine Fresse, Alter. So. Tote, Alter. Tote, Alter. Tote, Alter. Tote, Alter, das war so schnell gut. Ja, das war's. Tote, Alter. I have to just give euch noch. Oh, Mann. Und jetzt komm! Geh rein, geh rein, geh rein, geh rein! Wo ist mein Charakter schon wieder? Okay, komm. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, komm schon. Oh, Alter, will ich die immer abgeben, Alter. Das ist nochmal mehr. So, hab ihn. Oh, shit, Alter. Oh, okay. Oh, okay. Ah, Mann, ganz schön. Was ist hier? Oh shit, Alter. Läuft schon mal sehr gut, finde ich. Oh Gott, Alter, das ist es. Ne, aber jetzt merkt man es. Jetzt ist es schon ein bisschen anders als das Spielabwechsel. Jetzt haben wir es wenigstens raus, langsam. Jetzt haben wir es gut raus, wenigstens. So. Jetzt. Gut, dann wenn ich jetzt den Fall bis zum nächsten Fall wieder schreibe, dann bitte in die Kommentare. Ich muss mich darüber freuen. Danke. Bis bald.